hallo leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge let's play traincraft heute folge 5 mit dabei und heute bauen wir ein stellwerk und ich bin schon voll im marsch heute bauen wir ein haus und zwar ein stellwerk und es wird aussehen mit welcher block art das überlegen zeigt jetzt erst mal wie wir jetzt hier vorgehen ja briggs ist eigentlich ein ziemlich gute blockart dafür auch wenn die in der wird noch nicht so geil aussehen eigentlich also ich hatte gedacht ich werde hier nämlich jetzt dann also wir werden hier so eine kleine abstellbasis bauen und dann daneben das stellwerk so dass halt auch das sinn ergibt dass man mit dem stellwerk auch fast so gesehen zu tun hat du weißt dass wir world drin haben ah very nice vielleicht doch irgendwie stent clay irgendeine variante vielleicht weil es den kläden sie drüben ganz moment schweiß ich versuche gerade ein paar passende blöcke zu finden während er so kannst du da gerne mal was überlegen wie wir das einfach schon mal gerade die ja ich mache schon die ausfahrten für die abstellplätze genau sieht eigentlich schon mal gar nicht so schlecht aus hier das kann man später auch verlängern wenn man möchte wenn man das denn möchte und dann wenn wir hier das stellwerk hinsetzen nachdem wir uns mal die block mäßigen sachen reingezogen haben wie das denn aussehen soll die kombination ist halt ein bisschen wüstig also man braucht noch ein übergang von dem brick zu dem zu dem stent clay das stimmt das stimmt vielleicht mit red stent clay lollingen wäre es so sieht viel realistischer aus red stent clay maybe aber tatsächlich muss ich sagen deine überblendung ist besser das stimmt hast recht also so kann man es auf jeden fall machen mit den drei block sorten manchmal der red wieder weg und in orange auch machen wir nur den hier und das ist so ganz gut so ist auch geil aber ich finde irgendwie irgendwo muss das schon noch so ein bisschen von dem hier rein oder nicht ich brauche den ich weiß nicht wo ich hätte eine idee vielleicht wenn wir fenster machen das als rahmen block sozusagen das können wir tatsächlich probieren also ich würde sagen wir holen uns jetzt in die leiste rein nehmen wir mal die blühe extension durch dann die harter stent clay und ich mache mal hier ein bisschen mehr platz weil das müssen wir hier machen dass du den weit hast du jetzt natürlich nicht genommen den weit den weiter stehe ich ja ich schummel immer mit wir machen es aber trotzdem mal alles so ich weiß noch aus meinem damaligen kraft des späts kommt halt es ist halt einfach cooler auch für mich wenn man das ganze genauso ja ich habe noch ein betagress angemacht das wollte ich nämlich sowieso machen das ist so schnell das fliegen ja das stimmt ich muss den Sound ein bisschen runter drehen das ist betel betel ich finde es gut dass ich gerade zweimal das sehr beliebt haben also wir müssen da schnell weg so ungefähr den abstand von dem abstand von dem machen so damit wir hier so einen fußgängerweg also was wir zum fußgängerweg machen fußgängerweg würde ich sagen würde welcher block sieht ganz geil aus der fußgängerweg ist eine gute frage also keys weiß ich nicht ist halt ist halt der block von den gleisen ne deshalb würde ich eher nicht keys sagen was wie sieht eigentlich endstone aus als und zwar was was mega geil aussieht was ich auch noch nicht wusste so lange wenn du sandstone stair nimmst aber ich glaube zum bild entweder kontrast mäßig wie dieser schwarze oder der braune ich muss wirklich damit betagress auf fast es sieht einfach geil am besten aus habe ich vergessen das ist einfach total smooth so auch weil du dann block weg aus dann trotzdem noch und so das ist irgendwie geil na gut so also wir wollen eine machen wir den grundriss wir wollen ein stellwerk das so ungefähr rain ist klar machen wir kurz weg ich fliege einfach zu schnell von links nach rechts erkannt erkannt ist so stressvoll wie dick soll das sein wie deine mutter oder so was ich wollte nur kurz drei blöcke weiter fliegen wenn wir das so dick machen wollen wie ich dann haben wir hier die perfekte variante wir bauen nämlich dann hier mit fertig so dick wie ich das hast aber spät ich mache schon mal den boden und zwar habe ich mir gedacht wir machen einfach white stain clay set 159 159 looks very good hier in hausblock what are you doing du denkst dir wahrscheinlich gerade was tut er da aber irgendwie hat er gerade lust gehabt irgendwie was zu probieren ja aber ich finde tatsächlich die holzdinger passen da gar nicht so gut rein aber ich finde das kann es so geil also das ist vor allem sinnvoll weil das ja so nach außen kommen soll die oben das war nicht wirklich klar und hier oben machen können hier ist hier ist ja ich habe sowas auch schon noch nicht gebaut so wie es jetzt gerade ist das wird natürlich nicht so geil aussehen weil es dann nicht passiert müssen wir natürlich nicht so machen ja das kann auch so machen genau zack 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 also hier äh dann kein holzbalken nehmen wie wir das sonst so machen im spiel aber ich weiß gar nicht ob ich das jetzt zu oben mache und dann zwei raus und dann stoppt ja dort können wir probieren müssen wir jetzt müssen wir gucken wie das so wie er sich so wie er so ankommt am besten mal einen anderen block nehmen wieder den es ist ja übrigens ziemlich spät kalt viertel vor zwei wir haben sehr spät deshalb bin ich auch so ein bisschen ruhiger drauf weil ich echt müde bin mein ohr juckt halt die ganze zeit das ist auch nicht geil aber ansonsten dachte ich mir so ich habe auch keine folge raus zu timmern irgendwie ja ich werde auch direkt nach der aufnahme ins bett gehen mich zu meiner freundin legen weil die schon seit stunden auf mich wartet ja ich hatte ich hatte heute mittagsspaß also jetzt ich falsch verstehen ja aber wann sollen wir eigentlich den upload machen was denkst du so heutige upload ach so ist es okay wenn ich es hier hinten auch so machen oder nicht der hinten nicht raus also wie wir machen was denn mit dem upload ja ich würde sagen wir machen morgen so mittagszeit ist das make any sense oder ein uhr nachts direkt hochladen wo die meisten leute halt gucken ein uhr nachts classic uhr zeit für minecraft videos aber halt auch weltweit und nicht in deutschland wir sind ja deutsche leute nie wird oder beliebt not wir versuchen ja deutsche zuschauer zu haben und nicht geben aus amerika oder das german sings just in bulgaria justus oder sowas weißt das äh who needs aber wir können jedoch so eine leiste reinziehen dass das mal machen you say what we make hier das hier das machen wir doch rein dann passt das hier nämlich besser actually doesn't look so schlecht muss ich sagen everything what i'm building doesn't look schlecht so ähm also gefühlt now it's very schwierig to find how we make this here yeah you must of this side cookings ah ok i see what you're doing's probably very wichtig to have this glass fensters hier because justus we need to do this is so good now yes yes that is what the people want to see so dann haben wir das auch der seite richtig und können wir hier noch so einen übergang machen mit dem holz blöcken jeder noch das zu verziehen und dann es ist praktisch man so schnell ist also man kommt tatsächlich schneller von euch bisher falsch gemacht gut zu wissen also kann viel schneller irgendwie bauen tatsächlich also muss man ja mal sagen also da zehnten die die untere reihe mit blick gemacht jetzt weiß es look so komisch ja ich merke schon sondern müssen wir hier noch mal die in die seite zieht habe ich halt schon wieder beta gespielt zuletzt und bin schon wieder total geflasht wie eigentlich simpelmann der version bauen kann und wie unglaublich kompliziert das eigentlich ist eine beta das muss man nur also bedenken es ist lux schon mal interesting ich habe es nicht gesehen mit dem mit dem gray glas ist irgendwie komisch aus aber aber hat was hat was und das hat die voll drin oder es so flor ist noch wichtig und unten einfach also nene 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 ich habe hier eine tolle idee okay das wird mir auch ganz schön umsetzen das hier so ist genau aber erst mal hier das rein und ich mache hier unten mal so einen lustigen tresen da gibt es interessante dinge wo wir noch mal richtig hier dekorieren können na gut erst mal wichtiger das haus von außen fertig zu haben deswegen werde ich mich gerade mal ans dach mit dran klemmen was nehmen wir denn da am besten wir haben so komische strakschafts re kraft blöcke dafür bräuchten wir irgendwas was so nach industrie aussieht iron stairs was ne warte infernal block stairs ich glaube die sehen ganz geil aus dafür für dach ja muss gucken ansonsten fitted abyssel stone aber ich glaube das hier ist ganz nice und wenn man dann quarried block stairs vielleicht noch mitnimmt let's have a looky looky schmucki mein mucki so das müsste passen habe ich das ein bisschen anders gemacht als gedacht das ist drei ist aber eigentlich okay kann man so machen das kann man so anbieten so brauchen wir mal hier ein bisschen ja hallo das kann man so anbieten das ist auf jeden fall eine sache die ich so sehe und ja nächstes mal werden wir dann das interieur machen ja ich komme mal kurz rein ich habe hier noch eine treppe gezimmert musstet ihr mal reinziehen ich wollte gerade das dach machen wir sind doch schon bei 13 minuten wir müssten eigentlich mal die ein und käme das dach fertig machen das ist tatsächlich können wir das auch einfach nächste folge machen ja na gut okay erst mal time set der ersten schritt des stellwerks haben wir geschafft zu dem dach ist ein bisschen fragwürdig das ist noch ein bisschen zweckmäßig aber das werden wir schon nächstes mal hinkriegen und dann würde ich mal sagen leute wir verabschieden uns danke wir danken uns fürs zuschauen wir sehen uns beim nächsten mal wieder bei let's play train clubs und bis dahin gute zeit und tschau leute bis dann